Ja, hi Leute, ich bin's nach einigen Tagen mal wieder. Ja, ich hatte jetzt einige Tage Videopause mal gemacht. Und ja, heute ist nämlich endlich mein Paket von, naja, mein Brief von Comanarex98 angekommen. Ja, er hatte das schon abgeschickt einmal und dann wurde es ihm wieder zurückgeschickt und ja, ich weiß auch nicht warum, aber er hat es jetzt nochmal abgeschickt und jetzt ist es zum Glück angekommen. Ja, ich habe hier schon die Adressen verklebt, ein bisschen Klebeetiketten, die andere habe ich hier dieses Postetikett, von da einfach, ach egal, habe ich jedenfalls die Adressen verklebt. Hier, das finde ich sehr witzig, ich hatte die Extras außen drauf geklebt. Wahrscheinlich hatte er das erst vergessen, hat die dann, naja, egal, wahrscheinlich wieder außen drauf geklebt. Ich mache jetzt jedenfalls mal hier das Paket auf, schneide das mal auf, weil das alles mit Klebestreifen oder Paketrand oder irgendwie sowas umklebt ist, dass das nicht rauskriegen würde. Aha, das ist nochmal der Externe. Hier scheinen nochmal Sachen drin zu sein. Das scheint hier alles gewesen zu sein. Ja, okay, also da ist jetzt leer. Das ist hier das und da steht halt ein Zettel dabei. Hi LSW Freak, also LSW Freak 333, hier sind die versprochenen Figuren. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Mit freundlichen Grüßen, Commander Rex98. Ich habe dir auch ein extra dabei getan. Okay, ja, danke dafür. Und ja, jetzt mache ich das hier einfach mal auf. Das scheint dann mal zugeklebt. Ich lasse das hier mal auf. So. Gut verpackt ist es. Das finde ich ja immer ganz gut, wenn die Leute Acht darauf geben, dass die Sachen heil hier ankommen. Achso, ja, okay, jetzt muss ich hier irgendwas aufmachen. Hier. Ja. Na, jetzt kriege ich das hier nicht auf. Ach, egal. Das geht einfach so auf. Und auf jeden Fall meine ganzen Sachen drin. Ja. Okay. Ich baue das mal schnell zusammen. Also, ich hatte ihm meine fünf Attentäter-Druiden gegeben. Mehr drin? Ne. Ja, meine fünf Attentäter-Druiden gegeben. Also, die zwei schwarzen und die drei silbernen. Die sind jetzt aus dem Tauschangebot raus. Ja. Und er hat mir dafür... Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich baue es jetzt erst gerade zusammen. Einmal hat er mir vier, also drei Rocket-Druiden. Jetzt habe ich das mal, also drei dieser Rocket-Druiden geschickt. Ohne Jetpack anscheinend. Aber dieses brauche ich eh nicht. Und einen Rocket-Druiden-Commander. Okay, also drei Rocket-Druiden, einen Commander. Und dann hat er mir noch... Drei normale Kampf-Druiden geschickt. Also, ich zeige euch das nochmal kurz. Kleinen Moment. Ja. Okay, also. Ich habe ihm gegeben zwei schwarze Attentäter-Druiden und drei silberne Attentäter-Druiden. Alle ohne Waffe. Gegen drei Rocket-Druiden ohne Jetpack und ohne Waffe. Und einen Rocket-Druiden-Commander ohne Jetpack und ohne Waffe. Und drei normale Droiden ohne Waffe. Ja. Dann würde ich sagen... Ja. Kommentiert, bewertet, abonniert. Und ja, abonniert auf jeden Fall Commander Rex 98. Er macht coole Videos. Ja, ist freundlich und so. Mit ihm kann man halt gut tauschen. Also kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann würde ich sagen... Also ich werde die Figuren jetzt noch in meinen 100-Abo-Mock einbauen. Und dann werde ich das wahrscheinlich auch bald fertig haben. Ja. Also freut euch schon mal darauf. Ja, dann würde ich sagen, kommentiert, bewertet, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.